Norbert Deyer, die Qualifikation ist vorbei in der Hockeymeisterschaft in der Swiss League mit dem vierten Rang des MHC Visp. Ein sehr guter Rang, welches seit Jahren nicht mehr mehr gegeben hat unter der Top 4. Wie seid ihr zufrieden mit den Leistungen der ersten Mannschaft? Ja, wie er gesagt hat, wir sind wirklich zufrieden. Ich würde sogar sagen, wir sind sogar stolz, was die Mannschaft geleistet hat. Wir haben Anfangsaison das Ziel klar gesteckt und in den Top 4. Und wir haben den vierten Rang erreicht und damit eigentlich das Zwischenziel erfüllt. Es hat aber schon die eine oder andere Schwankung im Verlauf der Meisterschaft gegeben. Im Verlauf der Qualifikation, wo man vor allem auch gegen schlechteren Gegner verloren hat. Wie kann man sich das erklären? Ja, ich glaube, hier gebe ich eigentlich ein bisschen der Übermotivation in gewissen Momenten der Mannschaft die Schuld. Wenn ich zum Beispiel anschaue, das Spiel gegen Siders, das erste Spiel in der Lonza Arena. Dann muss ich ganz klar sagen, das hätte man nie davon verlieren. Die Mannschaft war topmotiviert, hat zu viel wollen. Vielleicht auch zu viel gedacht, statt intuitiv zu spielen. Und haben den Match verloren. Und es ist eigentlich noch gerne so, dass man, wenn eine Mannschaft in eine neue Halle oder in ein neues Stadion kommt, dass man durch die Übermotivation hinten mal eigentlich Spiele, die man gewinnen sollte, verliert. Sportlich also gut gelaufen. Die erste Saison hier in der Lonza Arena. Wie seid ihr zufrieden so zum Beispiel mit dem Zuschauerzuspruch? Ja, von den Zuschauer her, muss ich sagen, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Klar, wir haben hier natürlich in dieser Halle 5000 Zuschauer. Und wenn natürlich 2800 Zuschauer da sind, dann sieht die Halle relativ leer uns. Und dann hat man das Gefühl, heute ist es nicht so häufig da. In den Liternenhallen war es dann fast voll. Und das ist natürlich schon eine Situation, wo man sagen darf, wo es heutzutage gegeben hat. Es seien nicht so viele Leute da oder es seien nicht so interessiert. Aber ich darf ganz klar sagen, wir haben wesentlich mehr Matchitritten und auch Saisonkarten, als was wir eigentlich die letzten Jahre hatten. Die Stimmung der Ambiance ist auch nicht immer top gewesen, hat man so den Eindruck gehabt. Da könnte schon noch so etwas gehen. Also da muss ich ganz klar sagen, da hast du einen wunden Punkt getroffen. Das stört mich euch. Also ich muss ganz klar sagen, ich erwarte mehr von eurer Fangruppe. Und ich weiss euch, dass wir jetzt einen Workshop lanciert haben, wo wir das Thema abpacken werden, wo wir einmal auf den Grund gehen wollen, was wir machen müssen, um euch hier in der Lonza Arena die Stimmung zu verbessern. Wir sind natürlich nicht nur für die Leistungen von Miesch verantwortlich, sondern auch hinter der Miesch, Catering und so weiter. Kann man euch schon eine erste Zwischenbilanz ziehen? Ja, das können wir machen. Ich muss mal sagen, wir haben wirklich in der Halle als von Grund auf neu organisieren müssen. Das war dann noch mit dem Würfel, mit der ganzen Werbung herum. Wir mussten sämtliche Partner und Sponsoren verdreht neu machen. Wir mussten ein komplett neues Empfangs- und Betreuungskonzept für die Gastro ausarbeiten. Und da muss ich schon sagen, dass es natürlich eine Menge Arbeit gewesen war. Nachher haben wir 16 Mundlecher und wir mussten viel mehr Sicherheitsleute engagieren. Also es war ein riesiger Aufwand, das Ganze neu zu organisieren. Also ich muss sagen, dass eigentlich die Arbeit nebem Miesch für mich als Verwaltungsratspräsident und auch für die Geschäftsleitung und für alle Verwaltungsräte natürlich wesentlich grässer war als andere Jahre, weil man in diese neue Halle einziehen konnte. Wie seht ihr das für uns finanziell zum Beispiel mit dem Drum und Dran, wenn ihr es so organisiert, hat das einigermassen gut geklappt? Ist man da im Budget drin? Ja, wir haben einen Zwischenabschluss machen am 31. Dezember. Und da darf ich sagen, das sieht er fröhlich aus. Das sind eigentlich die Zahlen wiederum im Budget und eigentlich in einem ambitiösen Budget drin. Also wir haben ganz sicher bis Ende des Jahres in der Restauration die Einnahmen verdoppelt. Wir haben natürlich auch durch die leichte Anstieg der Saisonkarte, haben wir natürlich auch mehr Einnahmen. Wir haben aber auch wesentlich mehr Billette direkt an der Kasse mehr Einnahmen. Also wohl, ich darf sagen, die ganze Sache hat sich eigentlich finanziell gut entwickelt. Aber wir müssen natürlich, dass wir haben, weil wir haben natürlich in der alten Halle 50'000 Franken Miete gezahlt und wir zahlen in der neuen Halle 240'000. Und ich möchte gleich hier unterstrichen, die 240'000 Franken sind gezahlt. Die erste Rate von 120 im August und die zweite Rate Ende Januar. Also unsere Miete an die Gemeinde von 240'000 Franken hat der EHC Fisch beraubt. Entgegen anders lautenden Gerüchten. Ja, darum wollte ich es ja gleich hin, gleich unten streichen. Nein, 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 nein. Wir kommen unsere Verpflichtungen ganz sicher nach. Das Ganze hat sich natürlich ein bisschen vergräsert. Das Ganze drum und dran. Es braucht viel mehr Leute. Schafft ihr das mit Freiwilligen? Ist das kein Problem, dass ihr das Ganze auf die Beine stellen könnt? Ja, da muss ich schon sagen, da hat ein Salzgeber Michael, der für den Spielbetrieb und für das Marketing verantwortlich ist, der hat eine Häufestunde geklopft, damit er die ganzen Helfer zusammenbringt, damit er die ganze Hilfspersonal zusammenbringt. Ja, und dann musste ich eben auch die ganzen Marketing- und Partner- und Sponsorenverträge machen. Dann musste ich den Würfel anbringen. Nein, es war eine riesige Arbeit, die da war. Und ja, wir haben das Glück, dass wir immer wieder Leute finden, die bereit sind, von der EHC zu arbeiten zu können. Sei das auf der einen Seite freiwillig oder dann gegen Entlöhnung. Und wie soll man sagen, die, die Entlöhnung haben, hätten keine Saisonkarte. Die, die freiwillig kommen, hätten für eine Saisonkarte. Also sieht es grundsätzlich nicht schlecht aus, wie es bis jetzt gelaufen ist in der neuen Lonsen Arena. Es geht aber noch weiter. Wir hoffen möglichst lang. Jetzt kommen die Playoffs. Gärtner mit dem HC Thurgau. Schon lange hat man nicht mehr die Viertelfinale überstanden. Können wir dieses Jahr hoffen? Ich gehe davon aus. Also wir im Verwaltungsrat und auch der ganz Sportbereich sagen ganz klar, es gibt einen härten Kampf. Es braucht einen riesigen Einsatz der Mannschaft. Aber Thurgau ist zu schlagen und das ist ganz klar. Das erklärte Ziel ist im Minimum der Halbfinale. In der Qualifikation hat man ja gegen den Gärtner nicht schlecht ausgesehen. Dreimal konnte man gewinnen. Allerdings zweimal ganz knapp. Also da könnte etwas drin liegen. Ich bin ganz klar der Meinung. Thurgau spielt natürlich ein spezielles Hockey. Also so wie wir sagen, eher ein destruktives Hockey. Sie stehen hinten noch drinnen. Sie verteidigen uns sehr gut. Und arbeiten mit den Kontern. Und da ist natürlich für uns wichtig. Und das muss ich schon sagen. Dass wir alles daran setzen, dass die Mannschaft vor allem zu Beginn einen Topf schiessen. Ein Topf, ein Goalzweig machen kann. Damit das nachher schein müssen dürfen und nicht spielen müssen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein gutes Spiel gibt und dass es interessant sein könnte. Aber wie gesagt, es wird ein Kampf geben und es wird ein Krampf sein. Seit fünf Jahren hat man aber nicht mehr das Viertelfinale überstanden. Wie wichtig wäre es jetzt, dass man das dieses Jahr gerade hier in der Lunds Arena könnte schaffen? Ich glaube auch, wir glauben daran. Also sagen nur mal, wir glauben daran. Und wenn ich mit den Leidern der Mannschaft spreche, dann sagen die das Gleiche. Und auch mit dem Sportchef, mit dem Trainer, alle zusammen sagen ganz klar, es gibt nur eins und das ist gewinnen. Und ich glaube, die Überzeugung, die momentan in diesem Sportbereich herrschen tut, stimmt mich zuversichtlich. Und ich bin überzeugt, dass wir das über die Runde bringen werden. Und ja, es ist auch verdammt wichtig, dass wir es machen. Wir müssen schon die nächste Saison denken. Und wenn wir eine gute Saisonkarte verkaufen wollen, herbringen für die nächste Saison, dann müssen wir weiterkommen, als nur wiederum zum sechsten Mal in dem Viertelfinale ausscheiden. Wäre es natürlich auch finanziell ein wichtiger Faktor, dass man eben die Hürde HC Thurgau könnte überspringen? Ja. Richtig. Ein sehr wichtiger Punkt. Die Play-Off bringen und Geld. Das ist einfach so. Und wenn wir natürlich, wir machen unser Budget bis zum Viertelfinale. Und alles, was dazukommt, ist natürlich die Zugabe. Klar, wenn wir in ein Halbfinale kommen, werden gewisse Prämien fällig gegenüber den Spielern. Aber nichtsdestotrotz, es bleiben etwa Franken für den Klub. Und das ist natürlich auch wichtig, auch die ganze Gastronomie, die man mitverdient und so. Also ich muss schon sagen, jede Runde, die wir weiterkommen, bringt Geld. Und das Geld ist nicht für den Nischen-Sack, sondern das Geld ist für die Investition in nächstes Jahr, in die nächste Saison, für wiederum eine gute Mannschaft. Play-Off also wichtig für die nächste Saison. Ein wichtiger Faktor sind aber sicher auch die Transfer. Das ist natürlich auch etwas, was für die Saisonkartenbesitzer wichtig ist. Was ist für eine Mannschaft da? Eine Diskussion hat es schon gegeben mit Thomas Stolana. Wie viel Einfluss hat man da im Verwaltungsrat, dass Thomas Stolana nicht mehr das nächste Jahr hier in Fisch spielen wird? Etwas, was nicht gerade alle Fans verstehen. Ich verstehe das. Und wir sind eigentlich auch überrascht gewesen, dass eine Meldung kommt. Er hat in Siders unterschrieben. Ich muss aber dazu klar sagen, wir haben im Verwaltungsrat entschieden, ihm einen Einjahresvertrag anzubieten. Und zwar aufgrund von Faschimalt, er ist 36-Jähriger. Aber es ist klar, jetzt hat man ihm gesagt, wir haben einen Einjahresvertrag analog zu diesem Jahr, zu dieser Saison. Und dann hat er von Siders ein Angebot bekommen. Für zwei Jahre. Und statt dass er zuerst kommt und sagt, Ich habe nicht gehört, ich habe einen Zweijahresvertrag von Isch, dem Kantonsrival. Es bleibt ihr hart, hat er da noch geschrieben. Und ich muss schon sagen, ich hätte eigentlich von einem Spieler, wo wir 13 Jahre Scheinenlohn gezahlt haben und immer pünktlich. Und auf jeden Franken hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er zurückkommt und Isch noch eine Chance gibt, um zu sprechen. Also ich weiss auch, dass hier Scheinenagent, Scheinenspielvermittler auch ein bisschen ein dubioses Spiel gespielt hat. Aber wie gesagt, es ist passiert. Und ich bin der Meinung mit der Anstellung des Haas, der von Oltow kommt, der übrigens zusammengespielt hat mit Berger bei den Tigers. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Und er führt auf jeden Fall ein paar tiefer, eine sehr gute zweite Linie für die nächste Saison. Die Zuschauer schauen natürlich euch. Was könnte für ein Ausländer-Duo das nächste Jahr hier in der Lons Arena sein? Wie ist da der Stand der Dinge? Ist man da auf einem guten Weg? Die beiden Ausländer dieses Jahr wären nicht schlecht für die nächste Saison. Ja, ja. Also man muss ganz klar sagen, der Treu macht ja jetzt die letzten Spiele ein super Spiel. Und er ist mit scheiner Geschwindigkeit und mit scheiner Agile wirklich... Es ist eine wahre Freude im Süßlöge. Können wir ja sagen. Und ich darf auch nicht vergessen, dass sein Kollege, der Fangilder, der Marc, auch der hat natürlich ein Gedalz und macht das wirklich sehr gut. Und nein, ich glaube auch, die Verhandlungen sind auf dem guten Weg. Und ich bin fast sicher, dass wir das nächste Jahr oder die nächste Saison ebenfalls wieder kennen, mit diesen zwei Herren weiterfahren. Aber zuerst schauen wir jetzt noch auf die Playoffs. Präsident ist optimistisch. Das ist gut in dieser Saison. Also ich sage nur mal, wenn ich vorhin schon gesagt habe, ich wiederhole mich. Verlieren in einem Viertelfinale verboten. Und dann kommen wir in das Halbfinale. Und das Halbfinale wissen wir jetzt schon. Gehen gegen Kloto. Das gibt ein verdammt Herz-Ding. Aber wir könnten uns da natürlich auf ein paar sehr, sehr schöne Spiele freuen. Also in diesem Sinn mal. Ich bin gut des Mutes. Besten Dank, alles Gute für die Playoffs. Und wir hoffen auch auf viel Erfolg von mir als ein Fischb. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.